19 minuten auf geht's 6 alter noch zwei spiele btf noch zwei spiele einfach 1700er da kommt die lehrendäre 1700er partie so dem artieren wir mal eben in drei und dann sind wir doch schon froh er guckt euch an chat wie ich den runter blitze das ist ja das ist schon top notch wetten sind da wetten sind da guten abend michael grüß dich er du kommst genau richtig ich glaube umso höher man kommt umso wahrscheinlicher ist es dass die remy an dass die stafford annehmen gefühlt wahre daubter daubten auch wenn das spiel schon verloren ist das sind die richtigen die sind aber auch gut für die beliefer zack das ist eine gute line leider 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 der hängt gg kann er einfach nehmen kann er ja einfach nehmen oder karsen kann er auch einfach nur er kann alles machen er hat so viele möglichkeiten so viele möglichkeiten hier auf dem brett man mann mann kann er alles machen ja jetzt kann er wieder karsen oder und mal karsen kann er doch gar nicht kann er karsen weiß ich nicht mal gucken wie er es spielt ich bin sehr gespannt ich bin sehr sehr gespannt ja läuft auf drei ist der beste georg ich habe das auch schon mal gespielt habe verloren ich weiß gar nicht was ich da gemacht habe anders angenehm es wird gleich wild bei f3 wird es wild hallöchen schachschorsch grüß dich sind gerade wieder im legendären stafford drin war f3 wird wild hey renntaro dank für die netten worte hier lieber supporten nicht immer toxisch sein renntaro manchmal ich weiß manchmal nicht ob du treu ist oder ob du treu ist oder nicht ich habe an der stelle mal turm f1 gespielt und verloren oh je mini mein lieber so chat jetzt wird es wild ich glaube sogar der ist brillant ne in der analyse ist der brillant wenn er nimmt gehen wir rein es hängen zwei figuren war bambam aber alles noch theorie alles noch theorie bestimmt ein doppelpunkt ey ich glaube wirklich dass das brillanter zug ist ich hatte die stellung schon ganz oft auf dem brett ey blander nato grüße mein lieber grüße 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 oh der ist äh oh den hatte ich schon mal auf dem brett ne ich habe mir aber leider ich habe es mir halt leider nicht angeguckt ne ist echt egal oh ich habe es mir halt nicht angeguckt das ist so dumm muss ich sachen einfach nicht angucken ne ich glaube es war der hier ich glaube es war g5 ich glaube es war g5 g5 er nimmt wir nehmen er nimmt wir nehmen ich meine es war g5 ich supporte immer den streamer man sollte als zuschauer nicht unterschätzen wie viel arbeit und herzblut im stream steckt also von meiner seite her nur support und positive vibes und danke für die feine unterhaltung hey rentaro danke dir du trollst dich rein ne getrollt wird nett danke dir für deinen support hier und für die netten worte wa hört man ja auch nicht so oft manche sagen ja wir sind äh wir sind äh was hat der gesagt sandkasten sandkasten äh keine ahnung was der gesagt hat was wir das was ganz wir das so nimmt man den jetzt raus mit dem springer oder lässt man einfach 30.000 figuren hängen wir gehen hier er geht hier ne dann gehen wir hier und wenn er hier nimmt gehen wir hier das sollte eigentlich passen oder das sollte eigentlich passen wenn er hier nimmt haben wir schach machst du heute noch ne analyse hörnirnir sicher ist eine von 10 stafford lines die schachweltmeister nicht kennen true wahrscheinlich wirklich true ne aber die brauchen die wahrscheinlich auch nicht kennen wahrscheinlich rechnen die die einfach durch in zwei sekunden war so jetzt nehmen wir hier ja das muss man halt alles irgendwie brechen können ne mein fuß lol metronix danke dir metron giftet einfach mal ein sub rein hier eine real c-duo oder zell-duo metronix danke dir mein lieber tornado tornado startet ihn die voller herzblut damenblumen deren und feier preis treller wollt ihr noch ein hyptoind starten also auf ganz durch nur dich mal wieder durch ey ey tonado danke dir danke dir mein lieber mein fuß entzündet den tonado mein lieber hier ist er hier guck ihn dir an tonado giftet et hier ein sub tour xx expel 0 und der xx oh ah das da unruhlich viel potential für hat wir müssen mit dem fuß gerollt Boah, das klappt ja wirklich, ich habe das noch nie gemacht Doch einmal habe ich es gemacht, mit einem Schäferhofer Aber das war mir zu krass Ich habe es einmal gemacht mit einem Schäferhofer Ey, Tornado, danke dir Alter Ey, Jungens Ganz ehrlich, Chet Ich habe Bock auf ein anderes Sub-Golf Chet, wir machen es anders Wir machen es anders Weil ich darauf Legend selber Bock habe, machen wir es so Die Knall war gleich weg, keine Sorge Ich glaube, wir können hier rausnehmen Ähm Und zwar, wir machen es so, Chet Wir machen es so Irgendwie, ich habe da richtig Bock drauf Und das haben wir letztes Jahr gemacht Und warum sollten wir da was ändern, Chet Warum sollten wir was ändern Ich habe darauf Bock, Digger So Aber lass mal kurz rechnen Können wir nicht hier rausnehmen Ist alles noch Theorie Ne, ne Wir nehmen hier einem Tier Wir gehen hier Schach Er geht hier Wir gehen hier Er tagt hier, ne Können wir nicht bringen Wenn wir hier hingehen Er geht hier Dann hätten wir den Wir gehen hier Er geht hier Wir gehen hier Wir gehen hier Er geht hier Wir gehen hier Er geht hier Wir gehen hier Dann kann er hier irgendwann nehmen Gar kein Bock Ich glaube, es ist sogar fast der hier Der war das letzte Mal nämlich Das weiß ich noch Aber jetzt macht er keinen Sinn Weil wir kein Follow-Up haben, ne Oder? Was ist mit dem? Take? Take, take Was ist mit dem? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Meine jungen Freunde aus Askar-Bahn Was ist mit dem? Hey, 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 warum? Ganz ruhig bleiben Springer kommt mit Schach Hä? Verstehe ich gerade nicht Ja, aber Springer kommt mit Schach Er nimmt raus Und dann Dann hängt ja unsere Dame Und die Dame ist ja verteidigt Das heißt, man müsste ja Dann hier gegen nehmen Dann geht er einfach hier Und dann Oha, Chat, man Chat What is happening? Okay, let's go Wir gehen hier Er geht hier Wir nehmen raus So Er nimmt raus Wollt ihr noch ein Hype-Toin starten? Wir gehen hier Weiß ich nicht Na, müsst ihr entscheiden Er geht hier Nehmen wir raus Ich mach jetzt den Scheiß drauf Wir nehmen ihn mal hier die Hose weg, wa? Jetzt keiner mehr subben Dann darf er an Silvester nicht streamen, Kappa Jetzt keiner mehr subben Dann darf er an Silvester nicht streamen Wir haben es halt letztes Jahr gemacht, Chat, ne? Deswegen will ich das eigentlich Ich will eigentlich, dass es so eine Tradition wird, wa? Mit dem Silvester stream mit euch Habe ich irgendwie Lust drauf Habe ich irgendwie Lust drauf Gleich 1700, stimmt Gleich 1700, da wa? Schön mit Stafford hier Den haben wir wieder an der Angel Ich weiß nicht, ob der so clean war Ich weiß nicht, ob man vielleicht den hier auch hätte spielen können, wa? Greift ja auch direkt an Und droht, äh Zu clean, wa? Ein Lob an Heberbeats für seine Musikskills Heberbeats Der hat Heberbeats Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet Aber Heberbeats hat ja unseren Kanal-Trader gemacht, ne? Kleiner Realtalk am Rande Wir gehen hier Er geht hier Hey, wieso funktioniert hier nichts? Wir nehmen hier Er geht hier Wir gehen hier Und dann haben wir ja eigentlich den, ne? Das wäre eigentlich Eine einfache Lösung Take, take, hier Ne Take, take, hier Wäre eigentlich eine einfache Lösung, ne? Wird das Problem Ich sehe leider nichts Besseres Ja, ich sehe nichts Besseres, Shit Turm D1, weiß ich nicht Er geht hier hin Äh, er geht hier hin, sorry Er geht hier hin Und dann Haben wir nicht mehr viel, ne? Ich glaube, ich mache den Ich glaube, ich nehme ihn raus Er wird mit Springer nehmen Dann machen wir den Dann ist der gefesselt Und dann den, ne? G2, G1, H G1, G2 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 direkt Oh, stimmt Warum macht man nicht G2 direkt? Dann ist der erstmal bedroht Er muss den hier spielen Und dann quieent man, ne? Wenn er den hier Gibt es hier Taktiken irgendwie? Irgendwie Irgendwie so Weil wenn der Springer weg ist Dann ist es GG, ne? Äh, der Bishop Aber ich weiß nicht ganz Wie wir es machen sollen Wir machen den Wir machen es so Wie wir es gerechnet haben Trailer schauen Von wem? Oh, lol Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat eine Ruhade eingesetzt Er hat eine Ruhade eingesetzt Wir machen den? Er macht den Wir machen den Und dann quieen wir, oder? Wir können auch den hier spielen, ne? Ja, das machen wir danach Das machen wir danach Weil die Dame deckt ja noch das Feld hier Also er macht jetzt den Oder halt den Wir nehmen raus Er nimmt mit Dame raus Um das hier zu decken Und dann Turm D1 Irgendwie so wird es schon stimmen Irgendwie so wird es schon stimmen Damenopfer auf F3 Okay, den nehme ich jetzt raus Und dann Jetzt muss er mit Dame nehmen, ne? Dann gewinnen wir auf jeden Fall Schon mal einen Springer So Wollt ihr noch einen Hype-Train starten? Hey, Fritz Die Hype-Train ist ja schon da Jetzt machen wir keine Faxen hier Wir machen jetzt den, oder? Gewinnt ihr erstmal einen Springer? Auf gut Deutsch Wenn er so nimmt Queen wir Ah, nee Wir können auch so Nee, wenn wir so machen Kann er den hier noch spielen, ne? Ja, okay Dann gewinnen wir erstmal einen Springer Das ist ja auch alles gewonnen, ne? Vorbei Also so Spielen kann er nicht Nehmen wir raus Er nimmt Gegend Dann queenen wir einfach Das Ding müsste durch sein Das ist eine Idee Dann haben wir auch immer den Ja, ja, ja Das Ding ist durch, ne? Das Ding ist durch Fritzi Fritzi hat ein Sein Ah, Brudi Schön im Stafford Schön im Stafford hier Denny Dank für den Giftsab Ein Hikabas Oh, Jungens, ey Wir sind da, ne? Ein Hikabas Ja, es ist durch Nach demais �